Was soll ich Scheiße, ich häng fest Ähm Ich lauf einfach mal hier rein Nein Verdammt Mann Komm, explodier Schön Da hinten ist noch einer Komm raus To the north German infantry So und Boah, was soll Wie soll ich hier Ich lauf jetzt einfach mal Hier rein Ups Wenn man nachladen muss Und Boah Glück gehabt Gut, wenn man auf Hosen schießen kann Oh mein Gott Das ist natürlich bescheuert C Und Ich würde sagen Jetzt Wir laufen Nach da Und es war ein Fehler Runter Runter Scheiße Scheiße Es war keine gute Idee Was passiert Hier kann man nicht durch Okay Okay, aber ich muss da Lang Gut Mal etwas rustikaleres Aua Komm, 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 komm Komm, 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 komm Scheiße Überhaupt Keine gute Idee Nein 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 So Und Und Komm, 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 komm So Jus Perfekt F Auf jeden Fall Noch zwei, noch zwei, noch zwei Juhu Nachladen Endlich kann ich mal wieder an der Wachtel nachladen Hier kann ich nicht vorbei Hier muss ich durch also Oder Muss ich hier durch Nein Verdammt Kann ich hier weiterlaufen Au Kommt schon Cool Ich hab noch nie gesehen, dass man Komm, lass mich raus Lass mich raus Was On the far side of those barrels To the north Enemy grenade On the far side of those barrels To the north Kiss my New York ass Kann es sein, dass die überhaupt Dauer spawnen? Und zwar hier. Es sei denn, ich bin hier drin. So, zwei Granaten. Nachladen. Weiter geht's. Zieh. Runter, 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 runter. Oh. so ich rede gerade gar nichts weil es keine Ahnung auf jeden Fall will ich nicht noch mal sterben deshalb muss ich mich ein bisschen anstrengen was die beste Ausrede ist das tut mir jetzt leid aber die Nase juckte Au Boah wie knapp war das denn Boah Jus tut mir leid aber da muss ein bisschen aufgeräumt werden oh schön in den hinteren oh oh mein Gott Granate boom okay mit der Zeit geht mir wahrscheinlich die Redelust ich hab noch nie so lange hintereinander aufgenommen muss ich ja nicht sagen ähhhh wir können ja über das Wetter reden wow oh oh eine Seitengasse schön nachladen und au nachladen ho daneben tut mir leid aber daneben so die letzte Flak für heute tut mir leid aber Fresst Granaten 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 Vielen Dank.